Unfall mit Militärkonvoi auf A6, vier Menschen verletzt Feuchtwangen, bei einem Unfall mit einem Militärkonvoi auf der A6 bei Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, sind vier Menschen leicht verletzt worden. Drei Fahrzeuge des US-amerikanischen Konvois seien gegen 8.30 Uhr aufeinander gefahren und hätten dabei auch ein ziviles Fahrzeug touchiert, sagte ein Sprecher der Polizei. Drei Militärangehörige und ein Insasse in dem Auto seien dabei leicht verletzt worden. Die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn wurde infolge des Unfalls auf Höhe Feuchtwangen bis auf weiteres gesperrt. Die Sperrung soll laut dem Sprecher voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern. Die Unfallursache war zunächst unklar. Neben der Verkehrspolizei wurde auch die Militärpolizei zu dem Unfall hinzugezogen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017